Bitcoin kaufen ist gewöhnlich mit KYC verbunden, das heißt, du musst auf einen Exchange gehen, gewöhnlich dich ausweisen, Personalausweis, Reisepass, Adresse, alles, die wissen im Prinzip alles aufgrund der verschiedenen strengen Vorschriften, Regulierungen, Gesetze, Verordnungen etc. Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode von Total Bitcoin Podcast Show. Ich bin auch der Host, um oder auch Atua, der Total Connector Show, wo ich die diverse anderen Themen spreche. Mein Name ist Kevan Davani. Du gehst zunächst einmal auf bisk.network und da möchte ich dir zeigen, wie du relativ unkompliziert, unbürokratisch und relativ einfach Bitcoin auf einer dezentralisierten, Change dezentralisierten Plattform kaufen kannst mit verschiedenen Zahlungsmethoden, aber heute konzentrieren wir uns mal auf die Banküberweisung oder SEP-Überweisung. Wichtig ist nur zu erwähnen, dass du bei dieser Form des Handels oder des Bitcoin-Kaufs dich nicht ausweisen musst. In keinster Weise. Also weder mit Personalien oder Identifikationsdaten oder Rechnungen oder sonst dergleichen. Und darum geht es. Also relativ einfach und anonym. Gut, also du gehst auf bisk.network, downloadest das für deine entsprechende Betriebssoftware. Normalerweise zeigt das auch automatisch an. Bei mir ist es Windows. Wenn das Ganze dann installiert ist, schauen wir uns mal gleich an, wie das bei mir jetzt ausschaut. Das schaut jetzt so aus, die Plattform. Hier ist der Markt. Da siehst du eben die verschiedensten Angebote und zwar Bitcoin verkaufen, Bitcoin kaufen. Und hier gehst du gleich, wenn du gleich oben links auf Buy Bitcoin gehst, das ist eben die verschiedenen Angebote. Manche sind ausgeblendet. Das bedeutet, also manche Konten sind signiert und andere nicht. Dein Konto wird dann auch schließlich oder kann auch signiert oder verifiziert werden nach einem bestimmten Zeitrahmen. Gewöhnlich, wenn ich mich recht erinnere, sind das 30 Tage. Ich glaube, es ist herunterreduziert worden von 60 auf 30 Tage oder so ähnlich. Gut, also hier siehst du die verschiedenen Dropdown-Möglichkeiten. Also hier kannst du die Währung aussuchen. Ich habe, weil wir in der EU sind, Euro und Sepa genommen. Es gibt auch verschiedenste Zahlungsmethoden hier, die du hier filtern und selektieren kannst. Sepa, du kannst mittlerweile jetzt auch schon mit Amazon e-Giftcard kaufen, Revolut. Also verschiedenste Zahlungsmethoden, ich glaube, die auch relevant sind, vor allem in anderen Ländern oder Drittweltländern oder in anderen Juristik. Wir lassen das Ganze mal so, wie es ist bei Sepa. Und ich möchte jetzt einmal zeigen, da der BTC Sessions, also der Ben, bereits schon das auf Englisch gemacht hat. Nur diesen Teil möchte ich mit dir durchgehen und übersetzen, ohne jetzt den Ton zu aktivieren. Und zwar hat er hier das bereits demonstriert. Da zeigt er die verschiedenen Angebote. In seinem Fall ist es jetzt Kanadischer Dollar. Da schaut er sich eben die verschiedenen Angebote an. So, dann klickt er eben auf 1 drauf. Er hat ein Angebot. Mancher erklärt er eben, dass es manchmal zu einem Minimumbetrag quasi zu kaufen ist. Und darunter gibt es nicht. Das kannst du hier nicht hier modifizieren. Aber bei vielen anderen kannst du sehr wohl das modifizieren. Dann musst du natürlich ein eigenes Wallet haben, ein BISC-Wallet. Oder du öffnest ein externes Wallet, weil du musst dir quasi einen bestimmten Betrag in dieses treuhänderische Konto, weil beide, sowohl Käufer als auch Verkäufer, müssen Zwecksicherheitshinterlegung oder, um Betrügereien zu verhindern, einen bestimmten Betrag da einzahlen in dieses treuhänderische Konto. Das ist ein prozentueller Anteil des Gesamtvolumens der Transaktion, des Angebots. So, da schaut er sich eben alle Daten nochmal an. Bestätigt das Ganze. Ja, er akzeptiert eben das Angebot, Bitcoin zu kaufen. Hier seht ihr eben, ja, du hast erfolgreich das Angebot angenommen. Dann geht er auf Portfolio hier oben. Das kann man auch hier oben anklicken. Hier schaut er sich nochmal an, eben die verschiedenen Schritte, die er da durchgehen muss. Und dann eben nach einigen Momenten, da hat er eben die verschiedenen Transaktionsdateils, die Kontendeteils des Käufers oder Verkäufers eben ausgeblendet aus Sicherheitsgründen. Und um die Privatsphäre auch des anderen auch zu bewahren, schaut sich hier nochmal alle Daten an. Wie viel er, da stehen eben alle Transaktionsdateils, Kontendeteils, wo er das Geld hintransferieren muss. Und natürlich mit dem Hinweis, bitte nicht vergessen, den zugewiesenen Code in den Verwendungszweck dann beim Banktransfer hinzuzufügen. Und sonst nichts, nicht mehr und nicht weniger. So, dann schaut er sich dann die Transaktion hier nochmal an. Er möchte hier die Zahlungsmethodik hier starten. Er hat natürlich hier auch nochmal die Daten und Namen des Verkäufers hier ausgeblendet, natürlich, um seine Privatsphäre zu schützen. Er schaut sich hier alle Daten nochmal an. Das ist eben die Adresse oder die ID. Die dann, sobald sozusagen dein Konto oder dein Zahlungskonto hier verifiziert wurde, kannst du auch andere oder höhere Beträge handeln oder kaufen, verkaufen oder wie auch immer. Und das passiert gewöhnlich nach 30 Tagen vom Zeitpunkt der ersten Transaktion. So, das Ganze schaut dann zum Ende dann so aus. Er sieht dann hier die Zusammenfassung der Transaktion, die Gebühren und so weiter, was er bezahlt hat, wie viel Bitcoin er gekauft hat. Dann eben noch, hier kannst du auswählen, willst du auf ein externes Wallet transferieren oder in ein BISC-Wallet beibehalten. Und ich würde gleich hier vorschlagen, dass du es, wenn du es auf ein externes Wallet gleich machst, mach es dir einfach, richte dir ein Samurai-Wallet an und von dort kannst du dann direkt automatisch dann per Knopfdruck alles mixen, alle Coins. Bevor du das Ganze nochmal weiter transferierst oder ausgibst oder wie auch immer. Und hier sieht er nochmal eine Zusammenfassung seiner Historie, die Transaktionen, die er bereits getätigt hat, mit Datum, Uhrzeit und so weiter, Markt, welche Währung, der Preis, der Vertrag. Hier hat er eben, hier sieht er auch verschiedenste Angebote hier, also Bitcoin zu verkaufen, aber die Sache ist so, dass wenn du Bitcoin verkaufen möchtest, und genau darum ist ja auch dieses treuhändische Konto eingerichtet, damit es eben nicht bei Fiat-Transaktionen oder bei Banken-Transfers zu einem Reverse, also Chargeback kommt, zu einer Revisierung des Handels. Also zunächst einmal gehst du auf Account und das ist einmal wichtig, dass du hier auf Wallet Seed gehst. Hier gehst du auf I understand, also du erklärst dich mit Einverstanden, wobei wie gesagt die Seed-Phase, also diese Wörter, die du dir jetzt aufschreiben müsstest, die ich jetzt hier sicher nicht jetzt aus Sicherheitsgründen zeigen werde, aber hier würdest du dann dein Wallet-Wörter hier sichtbar machen, das schön aufschreiben, sicher aufbewahren, dann gehst du auf Backup und hier kannst du auch den Drive oder den Ordner eingeben, wo du regelmäßig, je nachdem wie oft, wie auch immer zusätzliche Konten oder zusätzliche Zahlungsmethoden hinzufügst, oder vor allem, wenn dein Konto signiert wird, also verschiedenste Informationen werden da gespeichert und deshalb solltest du regelmäßig dein Konto hier ein Backup machen von deinem Konto quasi. Und hier siehst du auf Settings, kannst du verschiedenste Einstellungen machen, Sprache, Land und so weiter, Bitcoin Explorer, Währung und so weiter. Hier in diesem Feld kannst du auch verschiedene Währungen hinzufügen oder löschen, die du entweder brauchst oder nicht brauchst. Hier siehst du deine Funds, die verschiedenen Transaktionen, die du vielleicht bereits gemacht hast, Transaktionen, die Locked Funds, also die sind schon gesperrt worden für bestimmte Zwecke. Das sind die reservierten Funds für bestimmte Transaktionen. Wenn du zum Beispiel ein Angebot gemacht haben solltest, dann müsstest du hier zum Beispiel einen bestimmten prozentuellen Anteil oder einen bestimmten Betrag hier in Reserve halten, die verschiedenen Beträge, die du hier gesendet hast und empfangen hast. Also noch einmal auf Market, hier siehst du das, auf Market geht, Zusammenfassung der Angebote, die du Bitcoin verkaufen, kaufen kannst. Und wenn du auf Buy Bitcoin gehst, dann würden wir uns erstmal auf die Kaufangebote hier. Hier kannst du eben die Währung eingeben, SEPA zum Beispiel. Also ich gehe nochmal auf Euro, wir behalten es so bei. Und hier kannst du eben sehen, welche Konten auch signiert wurden. Und wenn es zum Beispiel darauf auf 0,1 geht, Bitcoin, das erste Angebot hier, das siehst du, du kannst es hier nicht ändern. Das heißt, es ist ein Minimalbetrag, den du hier kaufen musst, darunter geht nichts. Und ansonsten kannst du hier dein eigenes Offert machen, Create New Offer. Und da kannst du eben, sagen wir mal, 0,01 hier eingeben, den Betrag, den fixierten Betrag. Oder du kannst es auch umdrehen, indem du sagst, du möchtest 5% unter dem Marktpreis. Dann gibt es dir automatisch den Betrag, an den du hier einzahlen musst. Und das wäre dann sozusagen der fixierte Preis, wäre 15.105. Also heute, wir haben wieder den 15. Dezember 2020. Der Preis liegt weit höher, liegt bei circa 15.500, 15.800. Das wäre jetzt 5% unter dem existierenden, bestehenden Marktwert. Und das wäre sozusagen der Betrag. Also hier kannst du definitiv das selber einfügen. Ansonsten, wenn du auf Buy Bitcoin gehst, kannst du dir einige einfach nochmal anzuschauen. Kannst du das hier, hier kannst du es auch nicht ändern. Also es gibt manche Beträge, wie zum Beispiel hier. Also es gibt manche, ich finde das jetzt nicht auf Ad-Druck. Aber es gibt manche Angebote, wo du das sozusagen unter dem angegebenen Wert noch modifizieren kannst. Ja, also oder das, was du dir einfach leisten kannst oder kaufen möchtest. Ja, ansonsten würde ich einfach ein eigenes Angebot hier erstellen und dann einfach mal ruhen lassen. Und irgendwann einmal, also solange es nicht substanziell jetzt viel, viel niedriger ist, wirst du jetzt nicht allzu lang warten. Und also sagen wir mal nochmal 0,01. Du kannst hier eingeben 5%, sagen wir mal unter dem Marktwert. Das sind dann, ah, verzeihung, hier 0, hier gibst du zum Beispiel 1, 5%. Hier siehst du den fixierten Betrag, der, sagen wir mal 0,01. Und hier ist der fixierte Betrag. Und du kannst es aber auch umdrehen, indem du einfach den Marktpreis eingibst, der dir zustimmt. Also der, der für dich angenehm ist, der, mit dem du dich einverstanden kehrst. Und dann siehst du eben alle, siehst du auch den Security Deposit, also die Hinterlegung, den Hinterlegungsbetrag wäre dann 0,006 Bitcoin, die du sozusagen auf dem BIS-Qualet hier, aber das werde ich jetzt nicht machen. Das habe ich dir im vorherigen Prozess über BTC Sessions, wo ihr dieses Video auf Englisch gemacht habt, schon gezeigt. Und dann gehst du einfach selbst erklärend, Schritt für Schritt durch, wartest, lass das Ganze offen. Vielleicht zur Sicherheit kannst du noch ein Chat aufmachen mit dem jeweiligen Verkäufer. Und vielleicht sagst du noch einfach kurz, ja, ich habe den Betrag, falls irgendwelche Störungen sein sollten. Du hast den Betrag jetzt überwiesen. Aber ansonsten, wenn du das dann überwiesen hast, gehst du einfach auf den nächsten Schritt und bestätigt das Ganze. So, das heißt, ich hoffe, ich konnte dir jetzt halbwegs zeigen, wie du auf einer dezentralisierten Plattform wie BIS. Es gibt aber auch HODL-HODL, aber dazu möchte ich jetzt nicht eingehen. Du kannst eine Transaktion machen, die ohne KYC, ohne dich ausweisen zu müssen, und relativ einfach, unkompliziert, unbürokratisch, und relativ schnell kannst du das Ganze machen. Also du kannst hier verschiedenste Angebote hier einsehen und dir eins aussuchen. Und hier siehst du, wie gesagt, noch einmal, welche Konten hier signiert sind mit einem Häkchen, oder andere, die noch nicht verifiziert wurden. Und du siehst auch, seit wann diese Konten verifiziert oder signiert wurden. Und hier kannst du noch einmal filtern, welche Zahlungsmittel. Ich lasse das einmal auf SEPA. Überraschenderweise gibt es auch viel, viel mehr Angebote im EU-Raum als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, wie ich jetzt erfahren habe. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt helfen. Also wie gesagt, Plattform, die BISC-Software downloaden, installieren, auf Konto gehen, Account gehen, Passwort einrichten, Backup machen regelmäßig, die Seed-Phrase, also die Wörter, die 12 oder 24 Wörter, wirklich ganz sicher und aufschreiben und aufbewahren und regelmäßig ein Backup machen. Ansonsten gibt es verschiedene Settings, die du dir selber anschauen kannst, selbst erklärend und die Transaktionen, Zusammenfassungen. Support gibt es auch, falls es irgendwelche Anomalie geben sollte oder die Transaktion nicht durchgehen sollte, dann gibt es auch eine Art Arbitration oder Mediation. Also das ist für alles wirklich vorgesorgt, aber ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr selten zu solchen Arbitrations kommt oder Vergleiche oder eben, ja, wo du eben einen Antrag einreichst, um auf Ersatz oder auf Kompensation oder wie auch immer, wo du dir eben die Betrag, den du schon überwiesen hast, zurücküberwiesen wird aus einem Fonds. Aber ich habe bis jetzt wirklich gute Erfahrungen gemacht und kann ich dir nur ganz herzlich. So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, meine DMs sind offen, direkte Message oder meine E-Mail-Adresse ist kd.kelandavani.com und meine E-Mail-Adresse ist auch hello at thetotalconnector.com. Bitte folge mir auf Twitter, abonniere meinen YouTube-Kanal, meine Podcast-Plattform. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und lass mich wissen, falls du irgendwelche Wünsche, Fragen oder Kommentare haben solltest. Vielen herzlichen Dank für's Zuschauen.